Mal abgesehen davon, dass ich aussehe wie Ronaldo, kann ich es halt einfach spabben und ich muss nicht mein Auto benutzen, ne? Ich muss nicht mein Auto benutzen, ich kann einfach hier so mich durch die Weltgeschichte grätschen. Das ist so scuffed, oh Gott. Das ist doch funny, aber das ist doch geil. Passt ziemlich gut, dass hier alles voller Schnee ist, weil dann kann ich tatsächlich einfach hier so... Oh, Entschuldigung, ich bin ausgerutscht, oh. Ich fahr gleich noch ein, zwei andere Sachen rein. Ähm, das ist der Befehl, dass man umfällt. Ist jetzt auch gleich fertig. Ich starte das Spiel mal, dann müssen wir es einmal testen, ob ich umgefalle. Okay, mach mal, Grätschen. Bro, wie das aussieht. Einfach ein Auto-Lower. Oh mein Gott. Bro, ey, das Ding ist, du schubst mich da noch weg, ne? Wenn du es ein bisschen vorher machst... Ich weiß nicht, ob ich es bei dir geladen habe, also so krumm war, aber ich bin richtig weggeflogen. Wir können auch das noch ein bisschen advanced machen. Vielleicht gar nicht verkehrt. Dann hast du noch andere Sachen, die du machen kannst. Auf Numpad zum Beispiel nun herhechten und so. Aber du kannst dich jetzt genau in die Blickrichtung, wo du hinschießt, wenn ich gehöre. Ja, boah, das ist perfekt. Oh mein Gott, Digger. Geil, da haben wir ein bisschen Variationen drin. Das ist so nice. Boah, Junge, Alter. Ronaldo. Oh mein Gott. Alter, ich habe null HP. Ich bin also genau an der Grenze. Okay, warte, da ist der Stein. Oh mein Gott. Ach so, hallo, hallo, eine Sache noch. Ja, ja. Ich habe das Hecht links und rechts gar nicht benutzt. Geht das? Äh, das müsste gehen. Warte, ich schicke dir die Befehle. Ja, geil. Geht's? Ja, aber nicht mit der Animation. Wie, bei mir war die doch da? Ja, ja, doch, bei mir. Bei mir, aber ich muss ja dich irgendwie mitnehmen, weißt du, so Tackle-mäßig. Ah, zwölf Sekunden später. Züüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ronald ist auf dem Server jetzt, ne? Mega krass. Ist wirklich der Echte, ne? Ist so krank, Digga. Speed würde denken, ist echt. Alles klar, viel Spaß euch. Nein, warte, stopp, stopp. Hallo. Halt mal an. Ich geb dir jetzt einen Gehfehler, ja? Oh ja. Top. So, ich geh jetzt irgendwo an den Leuten vorbei. Da vorne chillen ein paar. Da geh ich jetzt einfach ganz unauffällig vorbei. Und tu so, als gehöre ich einfach dazu. Schein, sieh da nichts. Hallo, Zoe. Oh, da ist Messi. Oh, da ist Messi. Ernst? Ne? Oh nein. Hey jetzt geht! Hallo, bitte, geh. Zwei! Oh mein Gott! Zwei! Der kommt gefühlt, das war Sinn. Soll ich dich grätschen? Ich geb dir gleich Gehfehler, sei mal leiser. Wer schreit denn da so? Bist du das, Bürgermann? Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, Weihnachtsmann. Den Fettzuckling kannst du trotzdem backicken. Komm her. Mit dir alles ist gut. Tschüss. Was machst du mal, Alter? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich will alleine sein. Hör auf. Hör auf. Letzte Chance. Ich grätsch dich weg. Und Ronaldo, Ronaldo. Das war der Typ mit der Corvette, wirklich. RONDO. Ich will mein Auto wiederholen, bitte. Auch das war ein bisschen zu viel des guten Grätschens. Tut mir leid. Sorry, Mann. Kriegen Sie Geld? Oh, Entschuldigung. Gerade repariert, geil. Sorry, sorry. Ronaldos Fuß ist ein bisschen zu stark. Egal, fast alles. Ah, okay. Darf der auf dem Chrom-Lambo stehen? ich glaube nicht dass das gut ist kommen sie her stop 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 steh auf lassen sie mich in ruhe halten sie an nein bitte geh weg vom auto ich habe es gerade nochmal ja okay alles cool als cool teckel ich bin erwischt okay kommen woanders hin mal gucken ich glaube dass pd ist sogar ziemlich gut besetzt heute kommen wir gehen mal zum pd wo ist das pd 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 ist doch hier irgendwo wie dost bin ich denn hier wo ist das pd hin was machen die da alle hier ist krankenhaus eine ewigkeit später oh ja pd ist ganz schön voll ich lauf da jetzt einfach rein ich marschier einfach ins pd rein ich kann dem g fehler geben ist das ein verbrecher ist das ein verbrecher ist das ein verbrecher hier officer gehen sie mal beiseite ich gebe dem g fehler gehen sie weg sie müssen dafür sie schreien sonst gibt es eine menschenmenge kompik kündigen wo sind die denn weiß ich nicht ich lasse dich mit rein jetzt ja ich bin eine berühmtheit ronald eine berühmtheit stell mich bitte vor auf hier mal es geht nur die rechte auf kommen sie mit herr ronaldo wo sind denn jetzt hier die ganze officer officer kommen sie mal kurz her bitte ist einer von euch hochrangig alles gut bei dir hier geht's gut ich will kündigen jungs wechsel mal nicht nach saudi arabien warum erschießen jungs ronaldo nein warum erschießen jungs ja das pd ist dann wohl doch gar nicht mal so nett wie ich dachte schade ich tu jetzt einfach mal so bei den zwei da unten dass ich ein npc bin so ein ronaldo npc und ich laufe einfach durch die straßen wenn sie mich ansprechen werde ich sie weg kicken ich kann das hier machen links rechts links rechts links 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 verdammte scheiße oder er ist in der wand was machst du alter ronaldo abo pass bisschen auf hier messi ist eh besser alter messi ist eh besser alter oh da sind ein paar im umkleidegeschäft doch gehen wir doch direkt mal rein als ronaldo hallo ich suche ein paar neue fußballschuhe entschuldigung gibt es hier irgendwo fußballschuhe fußballschuhe ja würden sie mir welche verkaufen die hier die kicken nicht mal so gut gucken sie mal die sind nicht mehr so gut haben sie mich gelehnt ich kann auch grätschen also haben sie jetzt fußballschuhe oder lspd crew ein kreis das ist doch super da kann ich doch direkt mal rein grätschen sü oh oh ach man nein der schießt mich immer direkt um der typ oh das ist so ein waffen gambo rambo typ man der hat es ein bisschen zu gut mit den waffen jetzt reicht's sü 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 yo hey 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 er hat erst geschossen hallo der kollege hey ronaldo ronaldo weg hier weg hier ronaldo tristiano oh 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 I ho oh 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 Warum immer ich? Ja, warte jetzt. Ich mag. Gehfehler. Ich hab Ronaldo. Guck sie dir an. Wie Ameisen. Hier ist richtig viel los. Ich bin in die Schule. Züüü. 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 Hä? Züüüü. Warum soll ich Ronaldo hier rum, alter? Alter. Wer ist der beste Fußballspieler? Maldo! Oh, das war falsch. Schuss ist natürlich der beste Fußballspieler. Noch einer, noch einer, noch einer. Und die Grätsche. Tackle. Und Tackle links. Okay, ich habe hier genug Leute umgebracht. Oha, ich muss hier weg. Ich habe hier schon zu viele Leute umgekickt. Das ist ja grauenhaft. Das ist ja wirklich schlimm. Oh, hier ist, glaube ich, ein Anwesen. Oh ja, hier ist irgendein Anwesen von irgendeiner Gang. Ich stolze hier jetzt einfach so rein. Ich gehe jetzt einfach so hier rein und sage so, ich als Ronaldo habe dieses Anwesen nun gekauft. Sü. 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 Hör mal auf, Digga. Die Schnauze, Mann. Sü. Hey, tut mal auf. Das ist Cristiano. Lass den mal hier in Ruhe. Deutschmeister. Lass doch mal meinen Gast in Ruhe, Mann. Ich habe den doch hier eingeladen. U. U. Ah. Komm auf Rasen, ey. U. 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 super super danke deutschland ist gerade sein helikopter am reparieren 20 afk hallo warum gehst du einfach afk das gilt nicht hallo hallo ich gebe dir gerade fehler ja das gilt nicht glück gehabt hatten eine möglichkeit gefunden da rauszukommen aus meinem fußball dings was geht denn hier verfolgungsjagd oder was ich könnte ihn halt einfach vom motorrad kicken so mein gott ronaldo der hatte echt ein duschkleiner sü 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 ist das in dem hallo die sind umgefallen irgendwie ja mich gerade umgeschlagen ist kann gar nicht so ich bin zurück Ich würde jetzt gerne eine Anzeige machen, wegen der Verletzung. Sehr super. Was machen die denn mit den Leuten hier? Achso, ich spiele ein bisschen Football mit denen. Hat deine Mutter auch mit dir gemacht, als du geboren hast? Deswegen hast du es... Bisschen Football, ja? Ich liebe dich, Bruder. Das weißt du nicht. Ich liebe dich über alles. Komm mit. Komm, komm, komm. Hilf dieser Frau hoch. Dieser Frau. Ey, mir wurden meine Rechte weggenommen. Kannst du der Frau nicht hochhelfen? Nee, kann ich nicht. Leider nicht mehr. Du musst ja hochhelfen irgendwie. Ah, warte. Ich guck mal, ich hole einen Kollegen. Keine Sorge, ich rette dich, ja? Ronaldo braucht eine neue Frau. Ich kann die nicht hochholen. Du trägst sie doch. Ja, das Ding funktioniert immer nicht. In Sandy Shores, da ist noch so ein Wiederbelebungsding und das funktioniert. Sandy Shores? Kriegst du uns da schnell hin? Ja, nimm sie, trag sie. Er muss rennen in seinem Speed. Nein. RONALDO! Steig ein. Achso, nee, ich muss den hier fahren. Nein, das ist mein Auto. Geh weg. Komm, mach auf. Halt auf, bitte. Nein. Mach auf. Nein, ich mach nicht auf. Du kriegst eine Mille von mir, wenn du aufmachst, bitte. Okay, ich mach auf, ich mach auf. Machst du auf? Ich mach auf. Ja, ich mach auf, wenn ich mich fahren darf. Lass mich fahren, ich muss fahren. Ja, lass mich fahren. Ich muss fahren. Geht schneller. Ich markier dir das, ich markier dir das. Da hinten, der Herr Ronaldo, da wo ich markiert habe, hinfahren, bitte. Ja. Oh. Ja. Das ist genial. Das ist so das, was ich zum Einschlafen gucke. Das brauche ich. Sü, wir sind da, wir sind da. Komm ich ins Video, bitte? Wer hat das gesagt? Ja. Ja, komm her. Ich brauche deinen Namen. Schrei mal so laut du kannst. Sü. Sü. Komm mit, meine Dame. Du bist der einzige Grund. Lass mich mal kurz. Ach, da ist er ja wieder. Alter, ich hab die Dame wiederbelebt. Ich hab dich hergebracht. Äh, 39. Komm, ich hab dich hergebracht. Komm schon. Die Highlights der VOG-Weltmeisterschaften. Oder? Nein. Hau. Äh, Entschuldigung. Hä? Hallo. Das kann wohl nicht sein, ja. Nicht schießen. Warum fährt sich jemand ins Auto rein, Digga? Aussteigen. Geh weg, hier. Hallo. Ey, was macht ihr denn? Du hast keine Polizeibefugnis. Ja, wir suchen hier Leute, die mit uns fahren. Okay, komm. Ich komm jetzt. Nee, du kommst nirgendwo mit. Ich trete dich jetzt ins Nirvana, Junge. Ich will mein Auto wieder haben. Gib mir mein Auto wieder. Gib mir mein Auto jetzt wieder. Hallo. Wie, du hast es weggemacht? Ich hab es nicht weggemacht. Was machst du, Digga? Ja, gib mir mein Auto jetzt. Wirklich. Wirklich. Wir haben hier ein paar Probleme. Könntest du uns vielleicht dein Auto geben? Wir wollen ein neues Auto haben. Neues Auto oder Fußball? Fußball, Digga, ey? Ja, Fußball. Gib uns jetzt ein Auto. Komm, wir gehen. Hallo. Was macht ihr hier, Junge? Die haben uns unser Auto weggenommen. Wie, Ronaldo? Dein Auto ist weg. Wir möchten jetzt einen neuen haben. Neuen Lambo, bitte. Lambo? Ich kann dir ein Königseck geben, wenn du möchtest. Bitte zur Seite. Ronaldo ist hier zur Seite. Aus dem Weg. Ronaldo ist hier. Zwölf Sekunden später. Oh, wunderbar. Ein pinker Königseck. Der sieht sogar ziemlich gut aus. Ich danke dir. Aber meine Frau, wo ist meine Frau hin? Das ist eine gute Frage, wo die Frau ist. Meine Frau ist weg. Meine Frau ist einfach verschwunden. Och, nö. So eine Scheiße. Jetzt habe ich einen pinken Königseck, aber meine Frau ist weg. Na, super. Ich fliege mal ein bisschen um die Map. Ich gucke mal, ob ich hier noch jemand anderen finde. Ah. Die sind alle im Casino. Die sind alle spielsüchtig. Na, das werden wir direkt mal verhindern. Ronaldo im Casino. Na, wunderbar. Oh, nein. Oh, nein. Ronaldo. Ist das nicht Messi? Ist das nicht Messi? Ich kann mir aber nichts leisten. 100.000 Dollar und ich möchte 200.000 Dollar. Ich nehme diese 100.000 Dollar. Gerne an mich. 100.000? Ja, ich nehme die. Jetzt habe ich leider nur noch 50.000, aber... Ziemlich für mich schwer. Aua. Ich habe überlebt, du Opfer. 100.000 Dollar bitte. Okay, okay, ich gebe ihm 50.000, 50.000. 100.000 Dollar. 50.000. Jetzt. 50.000. 50.000. 100.000. Ziemlich. Ziemlich. 100.000. Okay, 100.000. 100.000. 100.000. Patrick, hast du noch Geld? Nein. Doch, 60.000. Ich trete dir gegen die Schienenbeine. Ich kann ihn... Ich kann ihn nicht... Wow. Fick dich, Messi. Oha, der nennt mich die ganze Zeit Messi, der Typ. Da, das sind immer alle. Sü. Ey, hör doch auf jetzt. Hör auf jetzt rechts. Hör auf. Was sagt er? Wo sind meine 100.000? Hallo. Ich kann ihn Casinochips geben. Ja, okay. Gib mir Casinochips. Was geht mit deiner Unterlippe ab, Digga? Die Unterlippe, was ist... Was ist mit meiner Unterlippe? Die bewegt sich halt, ja? Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, jetzt gib mir die scheiß Chips hier. Mach all in. Ich hab verloren. Alles weg. Ist alles deine Schuld. Junge, die mit ihr Messi, ey. Komm, weg hier. Raus aus dem Casino. Oh, hier ist ein Autohaus. So, die sind oben im Autohaus, also, ja? Dann gehen wir da doch mal hoch. Hallo, ich bin Ronaldo und ich würde gerne ein Auto kaufen. Wo ist der Ronaldo? Oh, nein. Ey, Cristiano. Was willst du denn kaufen? Ein Auto? Tschüss. Tschüss. Christiano. Oh, 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 oh. Kann ich dir ein Auto ausleihen? Äh, ja, ein Lamborghini wäre gut. Tschüss. Ja, komm mal bitte. Tschüss. Hilfe. 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 Das ist das falsche Trikot. Das ist das richtige Trikot. Hier, Messie an. Ach, nee. Hören Sie auch? Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ein schöner Ronaldo. Fahren Sie damit. Viel Spaß. Oh, das ist aber... Viel Spaß. Dankeschön für das Auto. Ciao, ciao. Kein Problem. Ciao, ciao. Ja, ganz bestimmt. Das Ding sieht halt wirklich ziemlich aus. wie sexy aus. Verdammt geil. Jetzt bin ich Ronaldo. Ich bin reich. Ich habe ein Auto. Was für reiche. F*** zur Hölle. Kommt der da in den Boden rein? Wer ist das? Wie ist der da im Boden? Kann man da rein? Wie hat der das in den Boden geschafft? Oh, lol. What? Eine geheime Geheimbasis. What the f***? So was existiert? Sü. Hallo. Entschuldigung. Hallo. Dürfte ich Sie mal kurz weg-tacklen? Ronaldo. AFK-Farmen ist verboten. Bring den mal um, Bro. Der macht, der macht auch AFK-Sammeln, ne? Bring den mal um. Bring, bring den mal um. Ich würde ihn halt gerne da, warte mal, ich kick den durch die Absperrung. Ich werde dich jetzt da durchtreten, ne? Es tut mir leid. Oh, aber muss bestraft werden. Achtung, Gehfehler. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, der ist tot. Ja, das ist gottlos. Das ist schon gottlos. Tackle. Ich finde das Auto legit cool. Also eigentlich bin ich kein Fan von Lamborghini Gallardo gewesen oder so. Gallardo. Gallardo. Ah, ich muss dann wieder weg, ja? Kannst du ein Zü machen? Ja, komm mal. Komm, steig ein. Irgendwie sind direkt alle kommen. Hallo. Ja, hallo. Komm, stell dich mal an die Kante da vorne. Nee. Doch, komm. Gehfehler kriegst du jetzt. Hahaha.